Die starken Unwetter haben in Teilen Österreichs eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Neben Kärnten, dem Burgenland, Tirol und der Steiermark ist auch das Bundesland Salzburg stark betroffen. In der Gemeinde Rusbach ist der Bach bis zu einem Meter über die Ufer getreten. Der Ort ist momentan nicht mehr erreichbar. Das Land hat den Zivilschutzalarm ausgelöst. Seit den frühen Morgenstunden ist die Feuerwehr in der Zennengauer Gemeinde mit allen verfügbaren Kräften im Großeinsatz. Sowohl die Straße nach Abtenau als auch die Verbindung ins benachbarte Gosau sind gesperrt. Welche Schäden das Wasser an den Straßen angerichtet hat, ist noch nicht bekannt. Der Bevölkerung wird empfohlen, unnötige Autofahrten zu unterlassen, in den Häusern zu bleiben und Schutz in höher gelegenen Gebäudebereichen zu suchen.